herzlich willkommen zu diesem video in diesem video fährst du was man unter dem sogenannten geotech versteht und wie und wozu man den standard zugriff bzw ordnungsdienste bei es aktivieren kann und last but not least in meiner reihe zu den fotografieren mit smartphones gibt zum schluss noch eine übungsaufgabe zum erproben dessen was man gerade gelernt hat oder sich besser erinnern kann ja beim geotech ging geht letztlich worum es geht letztlich darum dass man hier mit einem foto zum beispiel hier auch mit speichern kann wo man dieses foto gemacht hat dass die sogenannten standortdaten die man beim smartphone in der regel über gps bekommt und dieses gps ist lässt sich nichts anderes als das ortsdaten bestimmte angaben auf welchem teil welchen position der erde man sich befindet mit gespeichern werden das aber standardmäßig gar nicht aktiviert sondern das muss man aktivieren und das macht man eben beim iphone dadurch dass man dementsprechend zu einstellungen geht ich habe sie abgebildet dass du sie in ruhe nachvollziehen kannst der einstellungen datenschutz dann kommt man im bereich der ordnungsdienste und gewährt dann der kamera den standort zugriff der datenschutz rechtliche bedenken hast du denkst du ich möchte gar nicht dass welche foto weitergeber sein weiß wo das gemacht wurde dann kann man das dann dementsprechend auch hier an dieser stelle wieder deaktivieren aber wenn du fotos machst du möchtest hier eine schöne fotosammlung machen und ich dann später in aber habe ich das gemacht dann bietet es sich ja natürlich diese standortdaten diese ordnungsdienste zu aktivieren und dementsprechend sollte man das auch einmal ausprobieren und bei der aufgabe schaut dann so aus deine aufgabe schon so aus dass eben dieses geodekking auf dem iphone aktiviert und das doch ein foto macht und dir dann eben auch anschaust mit hilfe der galerie mit der foto app dann wo du dieses foto noch gemacht hast dann zeigt also ein foto ja danke für deine aufmerksamkeit in kürze hast du also das gelernt wie man geodekking auf dem iphone aktiviert bis zum nächsten mal aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone danke für die aufmerksamkeit